So, er drückt jetzt gegen, gegen den Druck von Peter, und lässt locker, und Peter drückt wieder nach. Und er drückt wieder gegen, schön, und locker, und Peter drückt nach, und ihr seht, es geht wieder weiter, das ganze Netz, aktives Dehnen, tief atmen, tief atmen, nicht auch schönes und so ein Spannblatt, ist nicht schlimm, denn das Bein ist ganz auf, ne, ist schon gut. Und, das ist richtig heftig, krass, krass, den mit Peter, den mit Peter. Kannst du das natürlich auch mit dem Hosengürtel simulieren zuhause, ne? Ja. Einfach Hosengürtel drüber, spannen, selber Druck machen, und selber nachziehen. Da brauchst du noch nicht mal jemanden für. Ja, das ist auch so. Das ist das Einfachste. Ja. Das ist das Einfachste. Ja. Das ist das Einfachste. Ah, das geht noch mal echt. Hör auf jetzt! Das ist das Einfachste. Das ist das Einfachste.